Wir könnten doch schon mal langsam zum Souvenirladen gehen. Muss ja jetzt nicht komplett dunkel werden, oder was? So, okay. Wir schauen mal kurz auf der Schild. Wir können auch mit Kenny nochmal sprechen. Oh, lass kommen. Haube die Kopf. Ich meine, was soll sie jetzt sagen? Schild. Schild. So, hier können wir zu Mike und Bonnie gehen. Vielleicht finden wir hier noch auf den Karten noch irgendwie... Oh, schaut mal. Hier ist noch eine Höhle oder ein Versteck oder irgend sowas. Was uns später vielleicht hilft. Ich hoffe, dass ein dieser Gebäude sicher ist, als hier. Du warst hier. Das ist Downtown. Downtown. Ich weiß nicht, ob Mike und Bonnie haben etwas am Museum gefunden. Na, war hier noch irgendwo was? Nö. Hier verkaufe Fahrrad oder irgendwas. Okay, nicht. Hm? Oh, guck mal hier. Mit CD. Ne, ne, ein Audio geführter Tour. Da hab ich Lust drauf jetzt. Okay, schaut's einfach nur. Sarah ist ja auch noch da. Ach Gott, total übersehen, die kleine Maus. Weil wir beste Freundinnen sind. Wir sind Freunde. Weil wir Freunde sind. Ich kann niemals so gut sein. Ich will nur meinen Vater. Ich weiß. Wenn er hier kommt, wir müssen alle zurück nach der Kappen. Wir sind da sicher. Okay. Sarah? Hey, ich denke, das ist alles, was sie kann jetzt nehmen. Sie wird okay. Wir wissen aber nicht, ob er tot ist, oder? Wir haben, oder? Wir sehen, dass er, ist er, ist er gestorben. Wurde er ihr wissen, oder irgendwas? Wir sind ja bei der Tjang. So, hier können wir uns noch diverse Tragetechniken angucken, die wir vielleicht für später noch brauchen. Das ist ja so, ich hatte über die Schulter griff. So, Kenneth-E. Wurde er mich erschossen? Wurde er mich erschossen? Ich bin unsicher. Ich, nee, ich, oder? Ich wüsste doch nicht mehr. Ist ja auch schon jeden Tag her. So, können wir, oh, voilà. Nein, dann können wir jetzt halt einfach nur losdüsen. Auf geht's. Echt, er wurde erschossen? Das ist natürlich blöde, wenn das jetzt halt so von Benny geschnitten ist, dass das noch in einer Folge ist. So, bin vor einer halben Stunde, was ist denn vor 20 Minuten passiert? Ja, das lässt mich an keinem guten Licht dastehen. Hey, Clem. So, Wasser- und Lappen, Freunde. Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Warum denkst du, sie würde aus? Wir haben einen Ort für Rebecca gefunden. Wir haben einen Ort für Rebecca gefunden, um das Baby zu haben. An Observation Deck with a gift shop. It's way up high and pretty safe from the wind. Oh, that's great. Just give me like 10 more minutes to search around. He doesn't want to go back empty-handed. What? I just want to help. Okay. Okay. Keep one eye on the woods while we're in here. I don't want nothing sneaking up on us. Nimm ihn die Gärtling. Kann Kugel mitnehmen? Eww. Jane said these don't work anymore. Nah. They're just for show. Be handy, though. Also really loud. Good point. Aus Natur erstmal ein bisschen Schwarzpulver oder irgendwas. Ansonsten kannst du dir die Kugeln ansonsten wieder entscheiden. You think maybe they're... Souvenirs, huh? Looking for a keychain with your name on it? No. Why would I want a keychain? I don't even have any keys. Wird mir irgendwo noch so einen Cent irgendwo durchpressen lassen, so. Kennt ich bestimmt auch. So. Oh, hier hinten ist Wasser. Oh, Clemmy. Nicht einschlafen. Drück schon die Taste hier. Drück schon. Shift. So. Was ist das? Wasser? Bitte. Funktioniert noch? Empty. Da draußen ist ein Fluss gewesen. Ich weiß nicht. Kann man nicht irgendwas nehmen und was abkochen? Irgendwie unter irgendeinem Gefäß sein. Quatsch, machen wir mit Mike. Mike haben wir noch ja nicht geredet. So großartig. Das war ein Mike. Ich auch. Hm. Okay. Bisschen kurz angebunden. Schon okay. Schon okay. Nicht als persönliche Wertung. Mit Tränchen ist leer. Ich erzähle dir. Ich liebe sicher nicht, bei einem Schraubladen mit der Welt so wie es ist. Ich weiß nicht. Was du jetzt denkst. Ich bin jetzt in einem Schraubladen. Du bist immer in einem Schraubladen. Du bist immer in einem Schraubladen. Träsen. So. Wahrscheinlich noch mal mit Bonnie. Siehst du nichts gut? Nicht so weit. Aber lass uns den Ort ein gutes Gehen geben. Sagte sie und guckte sich nur diese Modelle an. Bonnie, du bist mir eine echte Hilfe. Wirklich. Ganz, ganz, ganz toll. Hast du ganz schau gemacht. So, hier haben wir einen Stein. Ach nee. Eine schmutzige Decke. Ach nee. Eine Konfederiertenmantel. Willst du ihn haben? Ich könnte ihn nicht. Daher gehen wir nun, Rebecca. Können wir eine Decke verwenden. Kenny sagte, wir brauchen Blankets. Es ist nicht wirklich ein Blanket, aber... Aber es sollte den Trick machen. Gute Frage. Ich glaube, du hast den alten Code, den ich dir gegeben habe. Ich fühle mich so schlecht über alles, was passiert. Der Moment, der ihr Brut, kommt immer näher. Jetzt hörst du zu uns. Mit ihr Fang, mit ihr Hand. Es scheint, wie wir mit uns jetzt. Das ist, was die meisten wichtig ist. Clem hat eine Jacket gefunden. Das ist großartig. Aber ist nicht Greta... Wir können nicht Rebecca in eine Konfederische Karte setzen. Oh, ich dachte nicht, dass ich das überhaupt nicht gedacht habe. Ich glaube, es ist besser als nichts. Nein. Nee, das wäre jetzt politisch absolut unkorrekt, irgendwie ein Kind auf einem Südstaatenmantel zu bekommen. So, hier ist noch eine Tür. Da geht mal rein. Oh, Clem. So, die wird wahrscheinlich zu sein. Hier haben wir noch einen Karton. Den schmeißen wir einfach runter. So, was haben wir da drin? Wir haben da ja eine Stunde. So, das Kuhn war mal schnell hoch. Hm. Wasserbehälter. Wir haben auch mal interessant in diesen... Wassergalonen, irgendwie... Wann wird das Wasser daran schlecht? Irgendwann, wusste auch nach einem halben Jahr oder irgendwas so. Irgendwann gehen wir diese Plastikpartikel in das Wasser rüber. Gut, ich gehe. Alter, ohne dieses Kind wärt ihr alle so am Arsch. Oh, das ist jetzt zu schwer für mich, ja? Kann ich jetzt auch alleine tragen? Oh, wohl, finde ich. Oh, wohl, 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 oh, nein. Taut sie ihn. Taut sie ihn. Einfach niedergewässelt. Los, füllen sie ihn. Es ist ein Bär. Well, das hat er. Danke, Mike. Danke, Mike. Ja, kein Problem. Ich bin so entschuldigt über das Clementine. Wir sollten uns mehr aufmerksam sein. Nein, wir haben keine andere Wahl. Könnt nur so vorsichtig sein, wie die Situation euch das erlaubt. So. Ach, guck mal. Ich schaffe das. Ich schaffe das. Ich schaffe das. Ich schaffe das. Ach, der feine Herr mit einem Arm. Hm, schön. Was ist denn mit Bonnie? Die faule Hulle. Na, sag mal. Männer sind immer ein bisschen unfeuerlicher als die Schreie. Ja, das ist alles klar. Ich weiß, es sieht ein bisschen aus, aber wir können uns alle durch das ziemlich schnell gehen. Carver war verrückt, aber zumindest seine Schäuze waren immer voll. Wir müssen als konservativ sein. Was bedeutet das? Nichts. Nichts. Das Baby ist going to be hard on everyone, especially Rebecca. Und between you and me, she's not looking too good. Hey, guys. Come on, stick close. Wird ja nun schon wieder. Ein Waschbär. Ein Waschbär. Ich kann den Raccoon essen. Ich kann den Raccoon essen. Hm. Jeder so, wie er möchte. Na toll. Don't let it get away. Where is it? I think it went over there. Over here. Na, komm her. Kleiner Waschbär. Denk deinen Händen. Oh, oh, Sch***. Schau. Nein, nicht schießen, nicht schießen, nicht schießen, nicht schießen. Nicht mit den Walkern da draußen. Oh, es ist eine Mama. Oh, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich vorher wusste. Nein. Nein. Ungefähr, was er ab und kommt. Das hast du irgendwie Spaß gemacht. Well, ich bin irgendwie glücklich, dass es weggekommen ist. Es hat eine Familie. Ja, ich auch. So, schön. Dann haben wir jetzt alles für eine Niederkunft. Ich freue mich. Nicht. Ah, macht er noch eine Welle vor ihr. Warum ist sie immer noch hier? Warum ist sie noch nicht im Souvenirlarm? Oh, die Schreie locken sich natürlich an. Oh, das sind ziemlich viele. Wir müssen weg. Beschützer, Alter, die kriegen wir nicht alle platt. Clementine, wo ist das, was du und Jane gefunden hast? Ich zeige dir. Gut, jemand, hilf mir. Oh Gott, wir haben so viele. Mike, geh Sarah. Oh, 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 oh. Vielleicht war einer. Jetzt haben wir die Bootshelfer, können wir mal Hilfe fragen. Ja. Das, äh, könnte sein. Frag mich mal schnell, Moment, die können wir doch schon von dem Haus. Das hat dann auch eine Linie. Okay. Aber schützt uns nur. Ist doch gut, Kenny. Ja. Ihr habt Fersenhild, Junge. Na los, komm. Auf geht's, auf geht's, auf geht's. Heilung. Ja, mach doch ein Schwätzchen, oder was? Ja. Äh. Alter. Ja, ja, ja. Der macht dir eine Flirt-Nummer, verstehst du? Wir kämpfen hier. Okay. Was geht's? Wir haben Gott weiß, wie viele Walkers sind da, welche du, wir sollten, um einen Augenblick aufhalten. Hey, warte mal einen Sekunden. Just sag mir, was geht's. Was geht's, was geht's, was geht's, was geht's, was geht's, was geht's. Ich bin Reckless. Du weißt, du hast eine große Nerve, Kenny. Rebecca hat die Baby. Jetzt? Nein! Nein! Ich bin nicht. Genau hier. Sie kommen nach den Städern. Hier. Oh, wir sollten. Du willst Hilfe? Geh da weg und geh die Walkers aus. Ich mach das. Ich bin hier vorhin. Sie können uns nach den Städern rummachen. Schau sie bevor sie zu uns kommen. Ich bin raus. Ich gehe nach dem Weg. Geh. Ich habe Rebecca. Hier kommen sie. Wir können sie hier oben lassen. Die hat noch ihre, also, die hat, ich wollte gerade sagen, hat die noch ihre Hose an? Das ist ja kein Wunder, dass es weh tut. Schlechtester Scherz heute, Elba. Na, die Kanone, äh, Kanone, los, schnell. Ja, von der Seite siehst du nicht viel, Kenny, da weiß ich nicht, ob du da so eine Hilfe bist. Äh, cool, 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 das ist schön hier bei Funktionrad Raumtemperatur. Nein, ist doch, nein. Okay. Runter von der Plattform. Sarah ist unten. Oh, nicht doch. Ja, Sarah. Jane kommt. Ja, ich bin der Super-Side. Just hol mich auf. Wir können sie nicht sehen, ohne sie zu versuchen. Just geh! Los! Jane, mach's! Genau! Jane, ich kann nicht! Ich versuche! Du musst mich hören! Durch, Sarah! Komm da jetzt raus! Los! Vertraue Jane! Oh, nicht doch! Nein, nein, nein! Clemens, nein! Gott, nein! Ich bin so sorry, Clemens. Ich versuche. Es war einfach nicht genug. Ich weiß. Aber ich wünschte, es wäre schwierig. Sarah! Ah! Die klettern? Die klettern? Die klettern? Eigentlich weiß ich, was da noch stand, aber da klang nicht. So, was haben wir da noch? Sollen wir jetzt hier noch stampeln, trampeln? Das funktioniert nicht! Ah! Los, das Seil irgendwie kappen. Können wir das Seil kappen? Hier, da! Mit der Axt! Drahtseil. Schwierig. Die Schrauben sind schon im Arsch. Könnte klappen. Ah! Gib ihm! Gib ihm! Los, komm, Clemmy! Zieh durch! Nein! Quatsch! Schlag zu! Schau! Mann! Sarah! Dich hab ich doch getötet. Dich hab ich doch getötet. Dich hab ich doch erschossen. Los. Und? Ein Junge? Ein Mädchen? Tod? Unbrennen und tsch! Los! Ja, es lebt! Es lebt! Ich bin wirklich so fettig. Oh Mann. Ich fühle mich, als hätte ich gerade ein Kind gekriegt. Was ist das denn, jungen oder Mädchen? Wow, es lebt! Du hast es geschafft. Hey, wie geht's dir? Er ist perfekt. Wer ist ein perfekt kleiner Mann? Wer ist der größte perfekte kleine Mann in der Hunde? Er sieht wie Alvin aus. Oh, er hat sie nicht Kava kennen. Bring und sie spricht. Danke. Ich bin okay, ich bin okay. Ich wünschte nur, dass ich noch mehr bekomme. Clem, warum hast du ihr nicht diesen Koffer, den wir haben? Ah, ähm, 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 ich weiß nicht wie. Wow. Wow. Es ist einfach. Just keep him close and support his head. Da geht's! Du bist ein Natur. Schau an dich, wie eine große Schwester. Hier, lass ihn nehmen. Du solltest beide resten, besonders dich. Wann ist das letzte Mal, dass du schlappst, Kenny? Über zwei Jahre. Ich bin gut. Aber jemand muss dich anschauen, während Mama deine Schönheit schläft. Du wirst nie vergessen, den Schmuck. Oh, scheiße. Was machst du? Entschuldigung, ich bin sorry. Ich muss gehen. Da fahren wir dann, Jane. Oh, nein. Hm. Jamie. Sarah. Ich werde nicht zusammenbleiben. Und was sollte dir auch passieren? Du kennst den Schmuck. Aber ich dachte, dass du mir glaubst. Ich glaube. Aber gib mir genug Zeit. Dann bleib. Hm. Flüg. Wenn ich das hier nicht... Wenn du den Fan... Weil es immer macht. Remember, du kannst es selbst machen. Du kannst es selbst machen. Es ist nicht eine Option für alle. Wenn die Dinge starten nach vorne, dann lass sie dich mit ihnen schlafen. Du sie nicht aufhörst. Du sie nicht aufhörst. Sie werden dich fühlen, wie du das machst. Wie es ist alles eine glückliche Familie. Ich habe diese Menschen alles. Sie haben mich sicher. Sie haben mich gehalten. Ich würde mich nicht hier ohne sie. Ja. Die nagefeile. Nimmer. Ja. Ich ähm... Ich muss gehen. Schade. Finde ich wirklich ein bisschen doof, dass sie jetzt irgendwie... Weil... Ich mochte sie. Für die Gruppe war sie hoch. Ein Gewinn. Hey. Ich dachte, du wirst jetzt schlafen. Bist du okay? Okay. Luke sieht jetzt tatsächlich... Oh, okay. Ich bin okay. Okay. Gut. Luke sieht ein bisschen aus wie Nathan Drake aus Uncharted. Fällt mir jetzt gerade mal so. Die Temperaturen stecken. Wir sind schlafen auf Essen. Ich denke, wir müssen uns für ein Zeit lang bleiben. Für Rebecca und das Baby. Also ich denke, als es leuchtet wird, Jane und ich sollten gehen, und sehen, ob wir einen Platz finden können. Äh, Luke... Nee, du... Was? Jane left. For good. What? When? Just now. Are you serious? She didn't say anything about leaving to me? What the fuck? Dammit! Hm. So. Hey, keep it down. Sorry. I... Sorry. Just... Jane's gone. Really? Luke? Of all the childish bullshit... Ich glaube, dass das Baby gewinnt. Was? Goddamn it, Kenny. You know what? Just... Lay off. No. You put our lives... This Baby's life at risk. So you two can roll around like fucking Teenager. Look, I made a mistake. Alright? No, it's not alright. Ihr seid beide Idioten. You guys are both acting like jerks. All you guys do is fight. Look, I'm sorry. I'm fucked up. But you know what, Jane? She may not offer her. Thank you for the long stream. Of course. I need you. I mean, look around you. Okay, everything is shit. So forgive me for one day to enjoy one moment or something else. Hör doch mal auf rum zu schreien. But this baby, he's what matters now. Got it? So get your shit together. Where's my baby? Is everything alright? Everything is fine. We're gonna need a good place to race him. Which ain't here. We gotta push on. We head north. Get to Wellington. That's our best shot. There's a town across the river. It might be safe there. Or at least it might be a good stop on the way. Kenny! I'm sorry. Clem's got a point. That could be a whole town full of supplies. And not that far from here. A whole lot better than here anyway. Looks like that's our best bet. We need to get on the road as soon as possible. We leave at first line. Whoa, whoa. What are you talking about? Rebecca needs rest. A few days at least. We have nothing to eat. We need to go to the rest of us. And what about yourself? We'll freeze out here. Kenny's right. We should leave in the morning. Rebecca is not in any condition to travel. I'll be fine. If there's a chance there's food, we have to risk it. Okay, fine. We can do what you want. But we should all try to get some sleep. It's been a long day. I'm sorry. Okay, Bex. It's gonna be alright. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I can do it. I'm sorry. Wie gesagt, nur Winter is coming. Jetzt sind wir aber froh über die hässliche Jacke. Ach Gott, und der kleine Zwerg hat nur da so ein kleines Huch. Kann man den nicht noch ein bisschen mehr einpacken? Kann man den nicht irgendwie in den Brücken machen? Rebecca sieht nicht gut aus. Wurde dann die plötzlich Sommer oder was? Was? Oh Gott. Na, sie ist natürlich auch noch durch die Wut geschwächt. Krank ist ohne. Mh. Danke. Mann, Alter. Was ist denn so? Alter, jetzt ist dieser Alpha. Ich tue jetzt. Das ist nicht dein Baby. Kenny weiß, was er tut. Er ist schon klar. Was? Ist das Alvo? Ja. Der Russenbengel. Arvo, nicht Alvo. Arvo? Arvo? Jane und ich haben ihn auf dem Observationdeck. Kann er uns helfen? Kann er uns helfen? Ja. Öl. Ich glaube, seine Schwester ist krank. Wir sollten ihm helfen. Hallo? Bitte. Er hat eine sechste Schwester. Sie könnten in Probleme sein. Eine sechste Schwester. Wie gesagt, dass er so stört man eigentlich für ihn ist. Was brauchst du? Wie können wir uns helfen? Ich brauche, äh, äh, Dinge für... Bänden. Ich brauche Bänden. 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 Bänden? Nein. 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 Es geht an, die Sie. B플? Es sind sie. Biste! Dir aiąkちょirk, dass sie die m matingθεmaking, und wir haben vom Gotta Ball v selective. Was will ich wohl? Denn ich wusste gar nicht nur. Wir wollen keine Probleme! Ich habe ihnen gesagt, du bist die Leute, die mich verraten. Sie denken, dass es lustig ist, dass du nur eine kleine Mädchen bist. Verraten? Und sie wollen dich und deine Freunde, die Schrauben aufbauen, damit wir deine Dinge nehmen können. Woa, woa, warte mal. Warum bin ich nervös? Clementine, du verraten diesen Mann? Vielleicht können wir etwas ausprobieren. Was bedeutet das? Was bedeutet das? Wir kriegen einen fairen Deal. Was liefst du? Sorry Clementine, aber wir sind nicht hier, um deals zu machen. Burikou sagt, dass wir alles nehmen. So, dann werden wir uns hier alle drauf gehen, oder was? All of you, just put your guns down. This will be fine. Fine, my ass! Wenn du deine Fächer runterkommst, wir auch werden. Arva, was passiert hier? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Es ist das? Was ist das? Was ist das? Ich werde nicht sagen, dass sie das mitmachen. Das, was du? Ach so? Du hast du mit dir? Du hast ein Baby? Du bist du? Du bist du? Du bist so ein Baby! Oh nein. Oh nein. Nein! 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 Sie ist tot! Sie ist tot! Sie wird zum Toppen! Ich werde dich töten in meiner... Nein! Nein!